Diese Beleidigung hat, noch, keine krassen Folgen. Trotz seiner eindeutigen Ankündigung, Rafi Ratschek, 34, für dessen Kinderf-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Erspruch im Sommerhaus der Stars anzeigen zu wollen, ist Stefan Kleiser, 57, laut eines Medienberichts noch nicht gegen seinen Widersacher vorgegangen. Nachdem schon Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier, 35, gegen Alessia Herren, 22, juristisch vorgegangen ist, schien auch Theresia Fischers, 32, Partner bereit, Rafi das Fürchten zu lehren. Für seinen Kinderf-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Er-Kommentar wegen des Alters seiner Freundin vor versammelter Mannschaft, kündigte Stefan Konsequenzen in Form einer Anzeige an, trotz der Entschuldigung vom Freund des Unruhestifters Sam Dillon, 33. Laut Bild soll es fünf Monate nach Abschluss der Dreharbeiten dazu aber noch nicht gekommen sein. Obwohl Theresia sagt, das ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Dieses Wort ist mehr als eine Beleidigung. Das Ganze ist unentschuldbar. Für Zahnarzt Stefan ist die Sache ebenso klar, für mich ist das so beschämend und unter jeglicher Gürtellinie. Er hat das völlig aus dem Nichts gesagt, beschwert er sich in den sozialen Netzwerken. Sein Rechtsbeistand sei zumindest in Alarmbereitschaft. Unser Anwalt ist bereits eingeschaltet. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer. Die Grenze von Reality TV ist erreicht, so Theresia Schlebensabschnittsgefährte. Und weiter, er hat sich nie bei mir entschuldigt, er hätte über den Sender meine Nummer rausbekommen können. Ich empfehle ihm professionelle Hilfe. Aktuell kämpft der 57-Jährige nach einem heftigen Unfall ohnehin um ganz andere Sachen, nämlich um seine Gesundheit. Ich bin von der Leiter abgeschmiert und mit dem linken Oberarm auf den spitzen Metallzaun gefallen. Mein Arm wurde dabei regelrecht aufgespießt. Architektur-Geräusche Aufgespießt Untertitelung des ZDF, 2020